Okay, lass machen, 300 Euro. Das heißt, wenn ich gewinne, bekomme ich nur noch 100 von dir, okay? Okay. Oh Gott, Alter. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Chat. Ja Leute, wir zompen heute wieder im Creative Mode und zwar die Find the Bottom Map. Ich habe mir heute Unterstützung geholt, weil wir haben ja letztes Mal ein ganzes Video gebraucht, um hier den Knopf zu finden. Deswegen haben wir heute Melvin am Start. Hallo. Yo, yo. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Okay, ja, wir suchen jetzt sozusagen im zweiten Raum den Knopf und ich bin gespannt, ob wir es finden. Ah, und übrigens Leute, wenn ihr noch einen weiteren Teil sehen wollt, ich weiß nicht, vielleicht spielen wir es auch heute durch. Aber, wenn ihr einen weiteren Teil sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und supportet mich beim Fortnite-Item-Shop als Creator auf Ehre. Und, äh, geile Map, oder? Oh yeah. Oh yeah. Diggi, such. Such mir den Knopf. Der ist so winzig, oder was? Ja, der ist relativ klein. Ja, der hat die ganze Zeit so ein Gefühl, als würde gleich eine Falle kommen. Vielleicht hat er auch eine Falle reingebaut. Kann sein. Lass einen kleinen Werteinsatz machen, Diggi, okay? 50 Euro, wer den Knopf findet als erstes, okay? Freilich. Ja, komm. Boah, Alter, 50 Euro. Da bin ich arm danach. Egal. Pech, gern. Kannst du 50 Euro gewinnen? Wo soll denn das sein, Alter? Mann! Knopf! Es schaut halt einfach alles gleich aus. Oh, da ist was. Ups. Okay. Vor allem, Markus hat gemeint so, ja, ich glaube, Level 2 ist zu einfach. Nachdem er erst mal drei Jahre bei Level 1 gehangen war. Wie ich ihn kenne, ist er bestimmt nicht da, wo man vermutet, dass er da ist, weißt du? Sondern einfach nur hier am Weg irgendwo oder so. So offensichtlich, dass man einfach dran vorbeiläuft. Kann er denn überall dran setzen, ja? Ja. Nein! Nein, du wirst dich doch weg sein. Geh weg! Digi, das ist unmöglich, Mann. Ohne Spaß. Ich gebe auf. Ich gehe, okay? Ich will sicher. Okay, ja. Viel Spaß. Viel Spaß mit den 50 Euro. Die brauche ich nicht, ey. Wo ist der Knopfi? Ich bin jetzt echt alles abgelaufen. Wir haben echt alle. Oh! Digi! Ist es das? Komm mal zu mir. Schau mal hier unter dem Stein. Nein. Das? Nein, es ist das? Nee, Mann. Ey, was war das für ein Fake, Alter? Fake Knopf. Oh mein Gott! Der war geil. Richtig asozial. Junge, wo bist du? Scheiß Knopf, Alter! Oh Mann, ey. Bestimmt war das voll in der Knopf. Er hat es nur so scheiße gebaut, dass die Wand nicht aufgegangen ist. Du meinst den unter dem Stein, ne? Ja, warte, ich frage ihn. Markus. Ja? War der Knopf direkt am Anfang unter so einem Stein? Nein. Da war so ein Fake-Ding aber. Ja. Junge, ich hasse dich, Alter! Gib mal einen Tipp. Ist er in der Mitte in diesem Vulkanstein hoffen? Nein. Ist er im Gras drin? Er ist beim Baum. Oh, okay, okay. Dann der. Okay. Wir machen 50 Euro, wenn er ihn als erstes findet. Verpiss dich, ich finde ihn als erstes. Verpiss dich! Oh mein Gott! Safe oben! Muss man... Oh, jump and run machen. Jump and run. Und dann... Oh! Oh! Okay, ich bin auf dem Baum. Ne, Mann, der ist nicht hier oben. Scheiße! Hätte ich ihm zugetraut? Ey, das ist doch scheiße. Mann! Was ist es da? Nein. Leute, ich schwöre, es geht einfach. Ich habe ihn, glaube ich. Ja, Mann! Ich habe ihn. Easy! Schau hier! Warte jetzt! Ja, Mann! Nice, Mann! Fuff hier auf meinen Nacken, Alter! Okay, bist du ready? Doppelt oder nix, Melvin? 100 Euro, wenn du den Knopf... Oh, ich habe so einen Bernd gerade kaputt gemacht. 100 Euro, wenn du den Knopf vor mir findest, okay? Okay. Oh, nein. Oh, Mann, Alter. Ich finde, jedes Ding schaut einfach aus wie dieser Scheiß-Knopf, ey. Er übertreibt halt jedes Mal mit dieser Map. Leute, ich muss aber sagen, die Map ist an sich schon geil gebaut. Ist richtig heftig. Jeder Raum ist so eine eigene Story irgendwie. Aber es ist halt schon ein bisschen asozial, dass er den Knopf immer so hart versteckt. Ja, was? Oh, warte, vielleicht ist er ganz oben. Da war ich ja auch schon. Ja? Kann man irgendwo durchs Iglo durchgucken, vielleicht? Vielleicht kannst du mich sehen jetzt von oben. Wo bist du? Nee, Mann, ich sehe dich nicht. Ganz unten. Ich sehe dich nicht. Hm. Jetzt ist auf jeden Fall wieder ein Holzding ins, ne? Da können wir uns auf jeden Fall schon mal sicher sein. Das schaut so aus wie so ein Holzding, ey. Ja? Wo bist du? Bist du im Iglo? Ja, ganz unten. Da hinten, hinter dem Bett, oder was? Ja. Was? Schaut so aus? Schaut da hinten. Boah, geh weg. LOL. Schieß mal drauf. Warte, ich sehe das ja nicht mehr. Nein, das ist Fake. Dieser Hund, Alter. Alter, sowieso viele Fake-Knopferei-Bord. Ich würde gerne das Lagerfeuer abschießen, aber ich glaube, macht keinen Sinn. Oder hier, dem Holzhaufen? Hier ist noch was. Oh, hast du? Warte. Du musst zweimal schießen, dass es kaputt geht. Jetzt weg. Oh, da. Das ist das. Das ist meinslich, ja. Oh mein Gott. Was? Er macht ihn einfach so klein. Eee. Was? 100 Euro auf deinen Nacken. Woo. Du, 100. Okay, Vicky. Let's stop it, oder nichts, mache. Bist du ready? Okay. Ey, das schaut schon hart aus, Digga. Schau dir das an. 200. 200, okay? Okay. Ey, das schaut hart aus, Digga. Was ist das, Alter? Junge, er baut einfach ein Labyrinth hier rein. Willst du mich verarschen? Markus, willst du mich komplett verarschen? Vor allem, da ist wieder dieses scheiß Graserboden aus dem ersten Level. Und an der Wand auch noch Gras. Ja, du darfst dich so nix durch. Ja. Wow. Ich find nicht mal den Weg raus, Alter. Hallo, love. Hä, ich find nicht mal den Ausgang. Wo sind wir gerade reingekommen? Ich weiß noch, wo ich langgelaufen bin. Hier ist der Ausgang. Ich hab auf jeden Fall den Ausgang gefunden. So viel ist schon mal safe. Junge, als ob man hier den Knopf finden kann. Na, kann man hier nicht mal so richtig durchlaufen, würdest du mich verarschen, Alter. Jetzt bin ich wieder beim Ausgang, scheiße. Hä, Mann, wo bist du? Also, ich bin oben drauf, auf jeden Fall. Ich hab mal geschossen, hast du mich gehört? Richtig. Ich bin oben drauf, Digga. Hä, auf dem Labyrinth? Ja, Digga. Schau hoch. Junge, wie hast du das gemacht? Hä, wo bist du da hoch? Dein Maul. Like a Maul, fucker. Dein Maul. Wie bist du da hoch? Hier hinten kann man hoch. Oh mein Gott. Geil, Digga. Okay. Schon mal bessere Sicht. Ja, Mann. Er baut einfach so ein Labyrinth, Alter. Oh mein Gott. Safe muss man hier oben drauf. Und dann von oben irgendwo reingucken, weißt du? Hier in so ein Loch. 100, Bro. Schau mal hier. Ist auch so ein Loch. Wie krank ist Markus? Leute, schreibt mal in die Kommentare, die Skala 1 bis 10, wie geisteskrank Markus ist in seinen Maps bauen, Alter. Ist ja nicht normal. Oder das ist hier an der Wand, weißt du? Ey, wenn du da reinfliegst, ist es vorbei, Digga. Spring halt mal rein. Spring du halt mal rein, Alter. Trotzdem lieg ich nicht, oder was? Man kann hier nicht mal richtig laufen, Alter. Das ist unmöglich, Alter. Ich schwöre dir. Ich hier nicht. Kannst du vergessen. Ich finde hier gar nichts. Ich weiß nicht mal, wo vorne und hinten ist. Ich weiß nicht, ob ich hier schon geschaut habe. Keine Ahnung. Markus ist einfach krank, Alter. Der will mich doch verarschen. Da ist er, Alter. Der rennt da auch rum, Alter. Da rennt er rum. Was macht er? Weiß ich nicht, was er macht. Da ist er. Siehst du ihn? Ja, ich schau. Schau. Meint er hier? Oh. Hat der hochgeschaut? Ja. Hä, warum hat der hochgeschaut? Der Wichser macht das extra. Der will uns verwöhren, Alter. Ja. Hä, was? Oh mein Gott. Er ist an der Wand. Der will mich doch verarschen, Mann. Hey, er hat doch gesagt, am Boden. Ich habe, warum stand ich sonst oben, Alter? Ich sehe ihn, Bruder. Bruder, ich sehe ihn. Nein. 200 Euro. War er nicht, Digga. Hier, Alter. Nein. Der Wichser. Nein. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, Scheiße. Ja, nice. Wern kaputt, man bekommt das Kälte, Alter. Nein. Nein. Hast du ihn? Ja, ich glaube schon. Halt der Maul, eh nicht. Hast du ihn kaputt gemacht? Ja. Halt, Alter. Er hat doch safe gesagt, am Boden, Mann. Ich habe auch safe Wand gehabt, weil ich bin direkt hochgesprungen und habe an die Wand geschaut. Und dann sagst du mir, der ist am Boden, Alter. Ja, ich suche den Boden, Alter. Ich glaube, der Kaffee war nicht gut für dich, Digga. Ab raus hier, ey. Yeah. Oh, nein. Okay, Leute, letzte Map. Okay, lass dir jetzt alles oder nichts machen, okay? Wie viel kriegst du von mir? 200 Euro? 200. Ne, was haben wir gerade? 200 Euro, glaube ich. Da hast du ja die Hunde davor schon 100 gewonnen. Na ja, stimmt. Scheiße, Alter. Okay, lass machen. 300 Euro. Das heißt, wenn ich gewinne, bekomme ich nur noch 100 von dir, okay? Okay. Oh, Gott, Alter. Aber, Alter, das hier ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, hier ist mega easy, ey. Bestimmt einfach nur an der Decke oder so. Wie er da steht und schaut, Alter. Siehst du ihn? Der kleine Wichser, ey. Steh da und glotzt uns zu, wie wir... Das war's, Alter. Ah, ich bin stuck. Nein, ich komme nicht mehr raus. Echt? Ich helfe dich. Fuck, nein, ich kann nicht mehr raus. Wo bist du? Der ist bestimmt hier. Hab ihn. Alter, hast du ihn eh nicht, Alter. Ich glaube, es ist ein Scheiße. Kann er ihn an der Decke verstecken und das so dunkel ist, dass man es nicht sieht? Oh, no, ich bin da runtergeflogen. Ich glaube nicht, oder? Oh, no. Am Boden. Alter, das ist unmöglich, Mann. Kann ich mich respawn entfixen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Bro. Alter, das findet man nicht. Er ist einfach keine Chance. Alter, das ist doch unmöglich, ey. Ohne Spaß. Was hat er denn hier schon wieder gebaut? Ey, jetzt hänge ich schon wieder in derselben Lücke. Nein. Du kommst gleich mit springen raus. Respawn, nein. Scheiße. Na du, du findest ihn jetzt gleich. Ich hoffe, Alter. Wenn ich jetzt nochmal in derselben Lücke hängen bleibe, Alter. Oh mein Gott, ich hab ihn. Echt? Nein. Oh mein Gott, ich hab ihn. Halt der Roll. Ich hab ihn. Eh nichts. Doch, Mann. Markus klatscht. Ich hab ihn, Digga. Du Wichser. Easy. Komm, komm. Zehnmal respawn, Alter. Easy. Ich muss erstmal durchs Labyrinth jetzt. Wo bist du? Schau. Schau, schau auf die Tür, Digga. Schau auf die Tür. Ey. Ey. Easy. Leute. Oh mein Gott. Ja, Digga, 100 Euro auf meinen Nacken, ne? Ahaha, typisch so. Leute. Sehen wir mal respawn, Alter. Bitte trockle. Supporter, Creator Code fix im Vorhinein, Itemshop. Ihr wisst Bescheid. Dann schaut unbedingt bei JapanX vorbei. Ich verlinke ihn unten in der Beschreibung. Hier. Folgt ihm auf Twitch. Und äh. Komm, lass ihn runterfeuern. Ciao. Wooo. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.